Wir haben uns das Reichter vorgestellt. Wir suchen das wirklich hier über die blanke Füße. Und da ist der Kampf auch schon vorbei. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Kölner Maritimen Hotel am Heumarkt. Ein ganz besonderer Abend in einem ganz besonderen Ambiente. Gala-Dinnerboxen heißt es heute Abend. Hinter mir startet gerade schon der dritte Kampf des Abends. Deswegen gebe ich ganz schnell ab an die Kommentatoren Florian Wenzelmann und Rüdiger May. Ja, und da sind wir schon direkt dabei. Live im ersten Kampf, den wir Ihnen hier präsentieren können. Zwei weitere Kämpfe hat es schon gegeben. Die zeigen wir Ihnen später im Verlauf des Abends. Boxen zieht ja sowieso eigentlich sämtliche Klientel an. Also vom Malocher bis hoch zum Akademiker sind eigentlich alle am Boxen interessiert. Und wir wollen mal auf die ersten Kämpfe heute Abend gucken. Denn vorher hat schon Dennis Ilbay, ein weiterer Kölner, hier seinen dritten Profikampf absolviert. Er ist erst 17, hat heute Morgen noch eine Mathearbeit in der Schule geschrieben und heute Abend, wie gesagt, seinen dritten Profikampf absolviert. Er ist ja hier Lokalmatador aus Köln. Er ist 17 Jahre alt. Zwei Profikämpfe hat er bisher absolviert. Beide vorzeitig gewonnen. Er bereitet immer wieder schön vor mit leichten Schlägen und akzentuiert dann Einschlag, so wie hier. Das ist ein schöner Treffer und da ist Suleyman Dac zum ersten Mal auf dem Boden. Der Mann war deutlich älter und deutlich verfetteter auch. Der Junge war richtig definiert. Und trotzdem ist der Alte geblieben, bis er wirklich nicht mehr konnte. Und das ist das, was mir imponiert. Denn das ist das, was Boxen ausmacht. Mensch mit Herz. Ich habe selber auch schon hier im Maritim geboxt auf einer ähnlichen Veranstaltung gegen Firat Aslan um die deutsche Meisterschaft. Und das sind wunderbare Erinnerungen. Du hast eben gerade schon gesagt, am liebsten isst du aber das Essen von Mama, oder? Von Mama, auf jeden Fall. Jetzt geht es also gleich los mit dem Kampf um den WBC-International-Silver-Titel. Manuel Czar gegen Taras Bidenko. Also ich kenne den Manuel seit ca. einem Jahr. Er ruft mich sogar abends an und sagt, dass ich schlafen gehen soll. Also pure Disziplin bei Ihnen. Jetzt jetzt mal zum Koloss. Schwere Haken. Gute Aktion von Bidenko, aber schwer abgekontert von Manuel Czar. Schritt hinterher und gleich die rechte und linken Haken. Das ist vorbei. Mach es einfach. Manuel hat einfach die Klagenreffer gehabt. Die Hartere und der Trattere gewonnen. Manuel Czar. Ich boxe für heimisches Publikum. Ich kann nicht verlieren. Ich muss gewinnen. Ich bin Kölner. Und ich schulde das alle meine Fans hier. Und der Sieg gehört uns und der muss in Köln bleiben. Deswegen nennt man mich auch der Koloss von Köln. Ich bin Kölner. Ich bin Kölner Gruppen. Das ist right.